hallo und ein recht herzliches willkommen auf meinem kanal hier ist der maximus zu citycar driving heute mal mit nissan skyline ist das glaube ja müsste das sein wie wenn man den motor an machen und wir schalten den ersten gang ja diesmal müssen wir schalten und ich hoffe dass ich nicht leer wirken und ich sitze auf der falschen seite der drüfte dauer so rückwärtsgang geht immer noch nicht bei mir irgendwie so richtig naja das ist ich keine ahnung müssen wir mal so machen na ganz toll er dürfte ja wie ein schwein drüfte der habt ihr das gesehen der ist auf mir auf immer ist er weggerutscht kommen dann müssen wir mal außen schalten hier und mal gucken wie wir denn fahren das mal richtig sehen das schwede wieso kann ich eigentlich immer nicht den rückwärtsgang reinmachen wieso habe ich immer ein problem mit dem rückwärtsgang hat der nur fünf gänge okay ist echt ganz schön böse herr wagen ich habe ich habe gemacht ja gut okay wir gehen mal rein und versuchen mal mit dem wagen einfach mal normal zu fahren das kann ja was werden das kann ja was werden so anhalten wir wollen hier rüberfahren kommt hier jemand und meine güte der ist auch richtig böse der wagen warte mal ich drücke nach vorne ich sehe ja gar nicht die ampel wo wo ist die ampel ach wir werden bestimmt grün haben ach die ist da vor uns meine güte was fährt denn der hier so langsam was ist denn das von prinz hier wir fahren gleich mal hier rein er geht mir ja tierisch auf die nerven ganz langsam hier lang cruisen ich bin richtiger held wortchen könnte spritsparen wo komme ich denn jetzt eigentlich wieder auf die hauptstraße ja wollte schon sagen ey da kommt der bus da kommt noch einer danach könnten wir eigentlich oder nach dem mercedes hier genau das haben wir alles super gemacht jetzt gucken wir mal ob er hier irgendwo richtung autobahn kommt um dann eventuell mal zu schauen wie schnell der überhaupt fährt man ey wie der stau hier in der city man 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 ist schon echt ein böses gefährt hier wie gesagt auf steam workshop findet ihr dieses fahrzeug ne so bremsen bremsen komm 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 fahr rum wua wenn da zu viel power irgendwie auf die hinteren räder kommt dann äh hat er so seine probleme So fahre ich jetzt, Mensch. Oh, fast abgewirkt. Oh. Abgewirkt. Toll, und jetzt haut er ab. Ach, nee, hör auf. Wegen so'n hässlichen Schild, oder was? Oh, Oma. Ey, ein Schild steht da. Aber wartet mal, ich muss mal was einstellen. Bei Einstellung. Ähm, bei Steuerung. Ich habe ja hier... Na, hinten schauen habe ich nicht eingestellt. Ähm, wo habe ich denn das mit den Gangschaltungen? Das, das, das. Okay. Sechster Gang. Ich habe ja keine sechs Gänge. Ähm. Dann mache ich mal. Rückwärtsgang ist... Ach. Warte mal. Das ist... Ach, Neutral schalten habe ich da gemacht. Gar nichts. Gut, alles klar. Ähm, Rückwärtsgang. Jetzt, wie sie... Warum? Jetzt, äh. Okay. Jetzt sollte es funktionieren. Ja! Aber neutral will er nicht. Hm, okay. Wir machen mal an. Komm mal her. Mach mal den ersten Gang rein. Oh, ho, 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 ho. Oh, ja. Driften. Nochmal, komm, komm, komm. Hier will man richtig driften, hier. Naja, driften will er doch nicht. Komm. Geil. Oh, 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 oh. Oh, Mann. Oh. Nee, das wird nischt. Irgendwie wird das heute nischt mehr. Schön im Drehzeit der Rheinzer. Ach, verdammt. Gut, wir hören ja im Besten auf. Das bringt ja einfach nichts, wie ich hier fahre. Ähm, ja. Maximus ist echt der Hild. Das soll man auch nicht so ernst nehmen, was ich hier mache. Das ist völlig Bockwurst. Einfach nur mal einen neuen Mod hier ausprobiert. Und der dreht auf jeden Fall ordentlich hinten auf der Hinterachse. Das soll es gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Vielen Dank.